es gibt da wo der ist fk also er ist ab 18 der ist dann aber nichts nacktes oder so da sieht man halt gut und sowas und das ist schon geil gut rote ich glaube ich farm einfach viel weiter der ist ab 18 denn da ist gut zu sehen und sowas der ist auf einem deutschen untertitel und das ist richtig geil ich packe da ja in die gänze drauf so alle ah Tiere ist auch gut Teufel und Tiere Warnungshöhe so ich glaube es ist noch aufgefallen es ist noch nicht wenn wer trägt gut was habe ich denn mit euch schon kann ich gar nicht so viel zu tun und jetzt überhaupt gezeigt habe ich meine liebe Alphaka das ist noch nicht so wir haben noch mal hin die sind hier nicht so nein nicht so nix schlau schlauer und das ist noch nicht geil Egal, vielleicht spawnen wir ja hier, wenn ich hier immer ziehe. Und hier kriegen wir den ersten Funkskill. Ich glaube nicht, gleich. Erstmal ein bisschen ziehen hier. Der Server ist geil gemacht, ich zocke hier schon, glaube ich, eine Stunde. Und die erste erste Stunde treffen wir noch nicht Spielspaß. Die Folge wären 15 Minuten. Denn die Mission war 5 Meter steigend, der Schlacht zu holen. Das Praxis glaube ich, hier wird fest. Was hier passiert? Was hier passiert? Ähm, wir müssen noch eine Alpha Blaue Hälfte finden. Ich glaube, die spawnen hier gar nicht. Egal, dann gehen wir runter und suchen da nach Alpha Blaue Hälften. Pferdemedaille gefällt mir. Leike Boss. Ähm, ob man die beim Affendong auch bekommt? Könnte ich mal versuchen. Aber ich könnte mir schon Kampfgau machen, wenn ich hier die 2 Millionen ausgebe. Aber das mache ich glaube ich nicht. Denn ich möchte eine Breite Plusnein machen. K-State. Ich gehe mal weiter. Denn hier sind überhaupt keine Blauwölfe. Alpha Blauwölfe. Ähm. Alpha Wölfe. Alpha Blauwölfe. Alpha Blauwölfe. Ähm. Und egal. Ähm. Klar bekomme ich ja von dem Ersthut schon diese Duel. Okay. So. Nein, ich bekomme da nichts. Und hier ist wieder 1. M-Skill. Und deswegen hat man immer sowas dabei, die Jungs. Ähm. Denn man kann direkt alles auf. Ähm. 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 Super. Nein. Jetzt kann ich auch 1 auf tanken tun und so. Denn. Ich bin ein großes Kind. Nein. Ähm. Ja. Bin ich doch. Jawoll. Ja. Und werde ich irgendwann verstärken. Ähm. Ja. So. Dann können wir ja direkt in die Stadt. Gibt es hier so ein Barbrink? User Pinkel. Nicht dass ich sehe, dass hier ein Barbrink ist. Schade eigentlich. Ähm. Ich will vollzeit nicht klar. Wie schau ich jetzt? Eins. Egal. 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 Was passiert? Es wird traurig. Töten. 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 Es wird immer stärker. Aber lebenslieblich wird höher sein. Ich glaube wir bekommen schon einen Run haben. Ne Run, ne gute Run. Die Aufträge sind lustig. Aber ne geile Mission eigentlich. Besser als bei DE. Das ist eine Idee. Irgendwie bei dir auch einfühlen. Kunstig, Kunstig. Alte Frau, gib mir jetzt den scheiß Buchstausch. Dein Ernst? Ähm, ich bin schon. Warbring. Warbring, wo bist du denn? Ey, warum ist hier kein Warbring? Bin ich blind oder so? Egal, wir versuchen jetzt mal hier das scheiß Buch zu atmen. Oh, das sieht ja leichter als ich gedacht habe. Mal gucken, ob die hier überhaupt eine Verwandlungsgebühr verfolgen. Ja! Das sieht könnte eigentlich viel mehr Wasser mit dem Bild. Leider soll davon verkaufen. Vorauss что? Gunstick. Hast du Gunstick 10k? Junge, die haben glaub ich irgendwas gegessen, das ist so teuer. LOL! Ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Ah, ich muss jetzt so mit 2. Woher bekomme ich Pm? Pm? So, Zeichen. Ohne Frage... Und... ...es... ...eer... ...wahl... ...und... Ey, das ist irgendwie völlig verarschen, ne? Ich laufe noch Map 1. Ahhhh. Los geht's. Ahhhh. Danke für das schöne Tippchen. Und schmiert Mädchen wieder ab. Nein, es ist noch nie abgeschmiert und danke dafür. Alter, was ist das für ein schneller Beat? Nein, nein, auf den ist nicht so schnell. Training war erfolgreich. Was? Belohnung zu holen. Nein, den krieg ich noch nicht dauernd. Ich hab keine gute Dings. Ich hab keine Dings. Ohhhh. War zu nah. Im Fußabfänger. Ohhhh. Was ist das? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das Lied habe. Ohhhh. Eigentlich schon voll fett. Ich hab eigentlich Lieder, die ich gar nicht mehr weiß, ob ich die habe. Ich hab geme versucht. Ich hab welche Dings. Ich hab welche Dings. Über die Dings. Ja, ich hab meine Dings. So, die Hochzeit. Jetzt habe ich noch eine Mission. Die Hochzeit ist fertig. Ja, ich habe doch keine Mission, bevor diese scheiß Mädchensteine zerstören. Die Hochzeit ist besser. Dann wohn ich doch nicht. Nach der Mission geht, glaube ich, bevor sie den S fahren. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Alternativ drauf. Oh, oh. Oh, ja, nee... Ich sag so etwas andersrum. Von dem bekommt man auch vor einem Ausbild. Von den kann man vor einem Ausbild. Habe ich schon ein Wiki gelesen bei Mädchen 2 oder war es nicht der? Oder war es das was anderes? Ja ich glaube das war doch der Ding. Du kannst... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Checking! Was soll das drin? ein also wird Ich hab kurz geguckt. Ist das Letiva Powered hier? Ich versteh nur nicht wieso ich eigentlich gar kein Ding verlaute. MP 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 Also ich kann euch einen Tipp geben eigentlich. Hier Also hier sind kaum Steine Hier spawnen die fast nie Ihr müsst immer hier gucken Hier sind die am meisten Am meisten hier an den Gang Hier da so Hier sind die am meisten Hier unten sind selten Aufwälte Hier Denn kein Plan Und hier sind oft welche Hier so am Strand Hier sind auch meistens welche Pferdemedaille Ein Wundersgeschehen Ähm Was ist das für Musik 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 Jungen Komm bitte auch noch was gut ist ich will auch mal was du für dich nur etwas bitte gibst du mir so richtig verändern nach dem etenstein soll ich erst mal aufhören beginn wir mal ne pause ok Leute ich hoffe euch haben die ganzen Folgen gefallen es kommen immer mehr davon und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat einen Daumen hoch wenn nicht einen Daumen runter und schreibt was ich verbessern konnte oder wieso ihr mir einen Daumen hoch äh runtergegeben habt und da würde ich sagen tschüss bis zum nächsten mal bei MEATING 2